Werde ich jetzt gefilmt beim Filmen? Ne? Ne. So, hier werden nachher Adrian und Marvin sitzen, wenn sie... Wenn sie... Hey Leute, willkommen beim Behind the Scenes von unserem Crowdfunding-Video auf Startnext. Schaut mal rein, was hier so passiert, was wir machen und wie es am Ende vielleicht aussehen könnte. Kommt mal mit! So, alle so aufgebauten, Marvin und Adrian sitzen auf ihrer Position. Nehmt das Video auf, was sie euch zu sagen haben, findet ihr erst im 1.6. auf Startnext. Klickt euch mal rein und schaut, was am richtigen wird. Ich hoffe, er bringt euch das selbe. Also, toi toi toi. Der seligen Gentleman, der Mensch, der die GoPro hält. Scheiß Wussi. Tick, 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 tick. Verbrattert ihr euch, wir Sony-Megas-Hack? Hahaha. Hahaha. So, die Jungs sind fertig, das Video ist abgedreht. Das findet ihr dann am 1.6. auf Startnext, auch verlinkt auf Facebook oder eben hier auf unserer Internetseite. Wir bauen jetzt hier alles ab. In der Zeit könnt ihr ja unseren Facebook-Account checken oder uns auf Twitter schreiben, Fragen stellen. Wir schreiben auf jeden Fall zurück. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann. Okay. Genau, gut.